In Berlin sind für besseren Datenschutz im Internet mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto Freiheit statt Angst protestierten die Aktivisten gegen die Ausspähung persönlicher Daten durch ausländische Geheimdienste. Außerdem kritisierten sie die zögerliche Haltung der Bundesregierung auf den NSA-Skandal. Man lasse sich von den US-Behörden mit Beschwichtigungen abspeisen.